Bevor wir in das Video starten zu den Top 5 Verteidigertalenten ist es ganz wichtig, dass ihr bei genutzten Teams die aktuellen herunterlädt, damit ihr die gleichen Talente habt und die dann genauso gut werden wie die Talente, die ich euch gleich sage. Also ladet die aktuellen Kader herunter und dann geht es jetzt sofort ins Video. Viel Spaß! Da sind wir auch gleich wieder im Video, meine Damen und Herren. Da mit den Top-Talenten, wir haben heute die Top 5 Verteidiger. Ja, wir sitzen es nur, Innenverteidiger und Linksverteidiger, wie gesagt, hier sollen ja alle über dem Potenzial von 87 liegen und da gibt es keinen Rechtsverteidiger, der das hat, außer Philipp Lahm. Und den kennt ja wahrscheinlich viele von euch, der eine oder andere. Und ja, deswegen habe ich den jetzt hier mal nicht mit einbezogen. Ich habe hier jetzt auch so gemacht, dass ich, keiner hat eine Stärke von über 81, damit hier auch nicht diese bekannten Innenverteidiger wie Boateng oder Thiago Silva oder was weiß ich dabei sind. Wir fangen an mit Marquinhos, ein Riesentalent, den hatte ich schon mal in einem meiner, einer meiner Videos für Talente. Einer der besten Talente, die es da draußen gibt auf dem Markt für die Innenverteidiger-Position. Ähm, ist leider gerade von Roma für 14 Millionen zu PSG gewechselt. Ähm, ich habe da mal eine Anfrage gemacht, die haben natürlich gesagt, ja geht nicht, weil er gerade gewechselt ist, aber ein Riesentalent. Also, den sollte man sehr schnell kranken, fängt an mit einer 78, geht dann zu einer 89. Also, locker, locker, locker in die 90er, in die tiefen 90er wird er kommen, wenn er ihn wirklich jedes Spiel aufstellt. Als nächstes haben wir den Mann von Manchester City, das ist Macian Nastasic. So, der ist jetzt auch sehr interessant, weil den kennen wahrscheinlich die meisten, aber dann doch nicht so viele wie Marquinhos. Ähm, ist ein sehr korrekter Typ, hat mittelhohe Arbeitsraten. Marquinhos hat übrigens Mittel-Mittelarbeitsraten. Also, er hat die perfekten Arbeitsraten für den Innenverteidiger, kostet in Anführungsstrichen nur 12 Millionen, wenn man eine Anfrage macht. Das heißt, ihr könnt das locker wahrscheinlich auf die 10 bis 9 bis 8, ähm, Millionen runterhandeln, wenn ihr wisst, wie das, wenn ihr wisst, ja, wenn ihr ein bisschen verhandeln könnt und, ähm, vielleicht dann auch noch ein Spiel hereinpackt, dann sieht das ganz gut aus. Fängt mit einer 77 an, ähm, und geht dann zu einer ganzen 86 hoch, das ist richtig krass. Wie gesagt, der hier wird auch wahrscheinlich, wenn er den wirklich jedes Spiel aufstellt und der sich nie längere Verletzungen hat, wird der wahrscheinlich auch in die Tiefen und 90er gehen oder hier ganz Ende 80 kommen. Ähm, also, ein richtig starker Typ kann ich nur zu doll empfehlen. Der nächste ist mein Lieblingsspieler von der Liste. Ähm, der ist jetzt in letzter Zeit, hat der sehr an Bekanntheit gewonnen, in dem Sinne, dass jetzt viel mehr Leute über ihn wissen. Ähm, aber eine Weile lang war der sehr, sehr unbekannt und ist jetzt immer noch relativ unbekannter als Talent. Ähm, hat eine 74 Gesamtwertung und, ähm, hat ein 87er Talent. Das Talent ist aber viel zu wenig, der wird deutlich, deutlich besser. Ich hab den einmal aus Versehen mit einem Freund gekauft, also, als aus Versehen, ich wusste nicht, dass er ein hohes Talent hatte. Er sah gut aus von Basel, ich hab den mir damals für 3 Millionen geholt, das heißt, 10 Millionen ist völliger Schwachsinn, ihr könnt den auch richtig runterverhandeln auf 3 Millionen oder so. Ähm, und da hatte ich den dann mit Nürnberg, wir sind dann, wir haben ja einfach richtig viele Saisons simuliert, äh, und sind dann durchgegangen und sind da zum anderen Verein gewechselt. Und ein paar, 4, 5 Saisons später haben wir nochmal geguckt, wie geht es den Spielern in Nürnberg. Äh, und der war bei einer ganzen 89, also, der wird richtig stark, ich kann ihn nur empfehlen, ist sogar bei, ähm, Basel nur Auswechselspieler. Also habt ihr da sehr gute Chancen, den zu verpflichten. Als nächstes hab ich diesen Mann reingenommen, einfach weil er auch nicht so bekannt ist. Es hat zwar einen verdammten Tonmarktwert, aber wie gesagt, ist halt nicht irgendwie der typische, den man so kennt. Hat Arbeitsraten mittel, mittel, ähm, ist vielleicht ein bisschen klein für einen Innenverteidiger, wenn wir sehen, bei Scher, ähm, ist man da mit 1,86, vielleicht auch ein ganz, vielleicht der noch 1,3 Zentimeter würde ihn gut hinhauen, aber was soll's. Ähm, fängt mit einer 80 an, der gute Inigo, und kommt zu einer ganzen 86, also auch wie hier, ähm, tiefe 90er könnt ihr rechnen, wenn ihr den immer spielen lässt. Das Problem ist leider, dass er bei Real Sociedad de Futbol, dem Verein, wo er spielt, ähm, Linksverteidigerstamm spielt. Das heißt, da sind 21 Millionen auch nicht weit vom Stamm entfernt. Ich glaub, man könnte den für vielleicht 17 Millionen kriegen, wenn man da, ähm, gut verhandelt. Also auch ein sehr interessanter Typ, aber wie gesagt, der hat seinen Preis. Und am Ende wahrscheinlich das Außenverteidigertalent, das so viele kennen. Luke Shaw, ähm, den muss man einfach empfehlen, weil er, ja, er ist krass billig. Ihr kriegt den vielleicht für, was weiß ich, 4,5 Millionen oder so, ähm, spielt. Linksverteidiger natürlich Stammbeister aus Hampton, fängt aber mit einer 74 an und kommt zu einer 87 mindestens. Er geht sicherlich auch in die 90er, äh, wenn ihr den immer spielen lasst. Also ein Riesentalent, wie gesagt. Ich empfehle euch vor allem den guten Luke Shaw hier und den guten Fabian Czer. Ja, das sind zwei Talente, die nicht, äh, na, Luke Shaw ist sehr bekannt, aber Czer nicht ganz so doll wie der Rest hier auf der Liste. Das war es auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, es wird dann auch bald im Top 5 Mittelfeldspieler kommen. Da werden dann deutlich mehr auf der Liste stehen. Vielleicht mache ich dann auch erstmal zentrale Spieler, also ZDM, ZM und ZOM und dann die Flügelspieler in einem separaten Video. Also das war es von den Innenverteidigern und Verteidigern rechts. Wie gesagt, da gibt es keinen, da habe ich auch schon gerade nochmal geguckt. Philipp Lahm ist da der Einzige. Und der fängt ja natürlich, wie ihr alle wisst, sehr hoch an. Das bringt nichts da, irgendwie was drum zu klicken. Also, die Talente sind das von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr bitte ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Ähm, und ja, ich lasse euch in der Endcard jetzt noch ein Video da, das euch dann zu einer Serie von mir weiterleitet. Ist es vielleicht die Karriere? Ist es vielleicht unbekannt zu Dominant oder ist es Race to Pace? Die beiden Ultimate Team Serien, wie und welche es sein wird, sieht der gleich in der Endcard. Das ist das von mir, bleibt dran. Ein Like würde mich sehr freuen und ein Abo umso mehr. Tschüss bei Frühjahr mit Sexy und ciao. Auf aktuelle herunterladen drückt, damit euer, eure Konsole oder was auch immer, euer PC, ähm, da die neuesten Versionen runterladet, ähm, oder runterlädt. Mein Deutsch ist nur wieder am Arsch. Ich hoffe, euch gefallen die Talente. Viel Spaß mit den Top 5 Tor-Talenten. Reingeht's ins Video. Ja, mein Gott, denn da sind wir auf den Top 5 Tor-Talenten.